die wieder mal eine ladung senf diesmal zu mir selber der kanal wird weitergehen das ist eh nur ein hobby projekt wenn mehr sich daraus ergibt dann ist das so wenn das trotzdem nur auf 15 16 17 abonnenten stecken geht dann ist das auch so für mich mal ich mache das aus spaß und erfreut mich ein bisschen auch so kotzen über die hiphop szene aber auch gerne meinen senf dazugeben so weißt du da kommt alles möglich dazu da werden auch reviews jetzt demnächst dazu kommen amirap wird auch wieder ein bisschen verstärkt auch reinkommen bücher zur kultur sei es auch alles mögliche was irgendwie mit der kultur zu tun hat irgendwelche comics oder von mir aus reviews zu zu alten werten oder frühwerten des deutschen raps die pionier geschichten die werden auch weiterlaufen und sonst haben ja nichts mehr zu sagen also in dem sinne viel spaß grüße gehen raus an ortmann 76 und tor in dem sinne viel spaß das nächste video kommt in den nächsten tagen so